Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Voltaimperlux. Ihr möchtet eine Nulleinspeisung eurer PV-Anlage realisieren, habt aber Probleme die Leistungswerte am Hausanschluss auszulesen, dann ist das Video genau das Richtige für euch. Klassischerweise würde man das ja vielleicht mit dem Shelly 3EM machen oder einem Elgris E-Meter oder vielleicht mit dem Volkszähler, aber diese ganzen Dinge sind erstens ein bisschen komplizierter zu installieren. Dann braucht man vielleicht elektrotechnische Fachkenntnisse vielleicht für ein Shelly zu installieren, weil man da schon in der Hauptverteilung arbeiten muss, um diese ganzen Klemmen anzubringen und ein Volkszähler, da muss man auch ein bisschen Ahnung haben vom Programmieren, dass man da die Leistungswerte auch vernünftig übertragen kann. Ich möchte hier eine Lösung vorstellen und zwar auf Basis des Powerfox. Powerfox ist ein käufliches System, was auf den elektronischen Heimzähler aufgesteckt wird und mit einer Magnethalterung dann auch gut festhält und das nimmt dann über die IR-Schnittstelle die Leistungswerte vom Heimzähler auf und stellt die dann über ein Cloud-System zur Verfügung und das können wir uns zunutze machen, um dann diese Leistungswerte in den Regelkreis des Sojasource einzugeben und damit dann eine Nulleinspeisung zu realisieren. Also wenn euch das vielleicht interessiert oder das für euch interessant sein könnte, dann viel Spaß bei dem Video. Okay, bevor wir jetzt ins Detail gehen, schauen wir uns zuerst mal das Sojasource Einspeisesystem an. Beginnen wir doch am besten bei der Energieerzeugung, also bei den PV-Modulen. Hier ganz rechts, PV-Module erzeugen Gleichspannung. Die geht über den Laderegler in ein Batteriesystem. Laderegler gibt es verschiedene Modelle. Ich habe jetzt ein Modell hier von Victron, aber es gibt auch andere, die man da benutzen kann. Funktioniert alles. Dann in die Batterie und dann mit dem Trennschalter oder einer DC-Sicherung geht es dann die Gleichspannung in den Wechselrichter. Der Sojasource ist in der Verschaltung hier ein reiner Batteriewechselrichter. Da werden die PV-Module nicht direkt angeschlossen, sondern der bezieht seinen Gleichstrom nur aus der Batterie. Und dann erzeugt er eben die Wechselspannung und die wird einphasig ins Hausnetz eingespeist und ist aber weiterhin ein Netz gekoppelt. Das ist hiermit gezeigt. Also Hausanschlusskasten haben wir hier, die Hauptsicherungen und dann geht es dann ins Netz. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Der ist nämlich regelbar und mit einem Regelkreis, sodass er eine Nulleinspeisung erzeugen kann. Bedeutet, es wird genauso viel Energie erzeugt, wie auch gebraucht wird, sodass dann am Hausanschlusskasten virtuell keine Einspeisung erfolgt. Also eine summierte Einspeisung über alle drei Phasen ist in dem Sinne Null oder wird auf Null ausgeregelt. Und wie funktioniert das? Also bisher habe ich das so dargestellt bei meinem System, dass man ein Elgris Smart Meter oder ein Shelly 3EM hier im Hausanschlusskasten verbauen kann. Das sind so Klappwandlerzähler, Energiezähler und die übermitteln dann ihre Leistungswerte an den EO-Broker und im Node-Red wird das dann sind sie dann verschaltet. Dann geht das Ganze weiter. Die Daten zu einem kleinen ESP 8266. In der aktuellen Bauform kann das auch in Wemos D1 sein zum Beispiel. Auf jeden Fall empfängt ihr die Daten dann per WLAN-Schnittstelle und gibt diese dann über RS-485-Protokoll weiter an den Soyuzos. So das ganze System und das ist eine Regelschleife. Das heißt, je nachdem wie groß der Hausverbrauch ist, würde dann immer über die Leistung abgefragt am Hausanschluss und dementsprechend dann der Null-Leistungswert ausgeregelt werden. Okay, was kommt jetzt mit dem Powerfox hinzu oder was ändert sich? Und zwar ändert sich eigentlich nur im Hausanschluss etwas. Und zwar habe ich jetzt den Powerfox, den kann ich auf den elektronischen Heimzähler aufsetzen und nehme dann die Werte daraus, gehe damit in den EO-Broker Node-Red und dann weiter zum ESP und zum Soyuzos. Also ich habe praktisch mir das vereinfacht, weil ich sowieso einen elektronischen Heimzähler habe, kann ich den Powerfox nutzen, brauche keine zusätzliche Hardware zu installieren wie hier den Shelly 3EM oder den Elgris. Und ist dementsprechend auch vielleicht einfacher umzusetzen. Das Gerät kommt in so einem kleinen Paket an. Schauen wir doch mal, was drin ist. Ganz oben der Powerfox mit den Anschlüssen für die Antenne und für den Stromausschluss über Micro-USB. Und dazu mitgeliefert ein magnetischer Adapter, den man auch verwenden kann, um auf den Zähler aufzustecken. Und das Gerät ist wirklich sehr kompakt. Man sieht es, passt in eine Handfläche. Und was wir noch drin haben ist die Antenne. Die können wir dann auch außerhalb des Stromkastens hinhängen, damit sie nicht abgeschirmt wird vom Metallkasten. Und hier ein Micro-USB Adapter. Und dazu noch eine Anleitung, eine Schnellstartanleitung. Und da drin sehen wir nochmal ein Piktogrammen und ein bisschen Beschreibung, wie wir den Zähler installieren. Okay, jetzt am Stromzähler. Den Adapter habe ich jetzt bei mir mitverwendet. Wird dann einfach aufgesteckt und rastet auch ein an dem Magnet. Dann die Antenne anschließen. Reicht handfest. Brauchen wir gar nicht mit dem Schlüssel anziehen. Und dann, wie gesagt, irgendwo außerhalb des Kastens hinlegen. Und dann noch das Stromkabel einfach einstecken. Und dann startet er schon. Dann blinkt er in verschiedenen Abständen. Und was das bedeutet, können wir in der Anleitung nachlesen. Ja, dann müssen wir uns noch registrieren. Ein Benutzerkonto anlegen. Das machen wir dann in der App. Und dann zur Aktivierung des Powerfox müssen wir den QR-Code scannen. Und dann haben wir die Power-Opti-ID. Und mit dieser ID können wir dann weiterarbeiten und das Gerät aktivieren. Das macht jetzt nichts, dass ich hier meine ID gezeigt habe. Die kann nur einmal aktiviert werden. Und wenn die einmal dann mit dem Account verknüpft ist, dann kann man die kein zweites Mal aktivieren. Da ich hier in meinem Haus einen Stromzähler- Raum habe. Oder beziehungsweise ich wohne in einer Wohnanlage. Und da sind alle Stromzähler zentral in einem Raum untergebracht. Und ich habe also keinen Zugriff bei mir im Haus da drauf. Und dementsprechend auch keinen Netzwerkzugang benutze ich dazu hier einen Powerlan-Adapter. Und das funktioniert recht gut. Wenn ich eine Steckdose habe, zum Beispiel von meiner Waschmaschine oder eine Steckdose neben dem Anschlusskasten, dann kann ich diese nutzen. Also es muss natürlich eine Steckdose sein, die mir zugehörig ist, meinem Stromzähler zugehörig ist. Dann kann ich die nutzen und mit dem Powerlan dann dementsprechend das WiFi erweitern und dann auch für den Powerfox nutzen. Nun schauen wir uns mal an, wie das Ganze in I.O. Broker und Node-Red umgesetzt wird. Ich setze voraus, dass ihr die vorherigen Videos gesehen habt dazu, wie man den I.O. Broker und Node-Red installiert und auch die Basiskonfiguration durchführt. Falls nicht, schaut euch das Video dann nochmal an, damit ihr auch wisst, wie das Ganze aufgebaut ist und wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Ja, mit dem Elgris, also wie ich das bisher gemacht habe, ist das mit dem Elgris Energiemessgerät, lese ich die Werte über Modbus ein. Also hier ein Modbus-Register wird ausgelesen einfach. Das habe ich auch in dem vorherigen Video gezeigt, wie das funktioniert. Dann in der Funktion hier baue ich die Botschaft auf, die ich dann zu dem ESP-Soyosource-Controller auf dem Wemos schicke. Das ist hier die HTTP-Adresse. Die IP-Adresse hier von meinem Gerät ist eben die 2.115 und dann hier dieser Wert, das ist die Botschaft und Message.payload, das ist der Zählerwert. Der wird hier übertragen, damit dann wird die Botschaft gebildet und übertragen wir das Ganze hier über den HTTP-Request und zwar über die GET-Methode und dann wird das Ganze an die in der Funktion hier definierte Adresse geschickt. Das Ganze kann man auch in der Dokumentation von Bavarian Superguy alias Klaus nachlesen, wie das jetzt so zustande kommt und welche Werte man da senden muss. Okay, das ist jetzt zum bisherigen Stand. Neu mit dem PowerFox kommt jetzt hinzu, dass wir die Werte selbst abfragen müssen über eine Web-Anfrage und dafür habe ich hier diese Timestamp-Funktion. Und ganz wichtig, die Timestamp-Funktion kann nur alle drei Sekunden ausgeführt werden, weil der API-Zugriff auf die Cloud von PowerFox nur alle drei Sekunden erfolgen kann. Das ist so eine Zugriffslimitierung, dass nicht zu viele Abfragen stattfinden und der Server überlastet wird. Deshalb habe ich mir jetzt einen Wert von 3,1 Sekunden definiert. Achtung, hier muss 3.1 eingegeben, nicht Komma. Also in dem Node-Red ist Komma das Trennzeichen für die Kommastelle und deshalb muss hier 3.1 stehen. Also alle 3,1 Sekunden senden wir eine Anfrage. Das geht dann hier rein in diese GET-Abfrage. Und zwar frage ich diese API ab. Wir können uns jetzt mal die Kunden-API dazu anschauen. Und zwar haben wir die hier. Genau, PowerFox-Kunden-API. Da weiter unten auf Seite 10, soweit ich weiß, finden wir das. Nein. Hier, genau. Oder hier. Genau, hier die Werte. Aktuelle Werteabfragen mache ich hier mit diesem Befehl hier. Den schicke ich, also ich schicke eine Web-Anfrage an diese Adresse und die Zugangsdaten ergeben sich aus meinem Konto. Und zwar ist das hier die E-Mail-Adresse und Passwort, die ich mir dann generiert habe beim PowerFox. Und das trage ich dann hier ein. Also hier die Web-Adresse. Das kann ich alles so stehen lassen. Authentifizierungstyp muss ich anwählen. Ist Basic-Authentifizierung. Dann der Benutzername und das Passwort. Und dann werden diese Werte abgefragt. Mit dem Zeitstempel alle 3,1 Sekunden. Dann gehe ich damit in eine Funktion. Und zwar ist die Funktion genau die gleiche wie vorhin auch beim Elgris. Und zwar habe ich hier wieder den, generiere ich mir jetzt wieder hier mein Ausgabesignal zu dieser Adresse hier. Und jetzt muss ich aber was aufpassen. Und zwar muss ich hier msg.payload.watt angeben. Weil das haben wir, da können wir jetzt nochmal auf die Kunden-API gehen. Das sehen wir in der Kunden-API hier unten. So kommt das Ganze hier raus. Also als JSON-Daten kommt das raus. Und es sind mehrere Daten drin in dieser Datenmitteilung. Und zwar Watt, Timestamp, die Zählerwert Plus, Zählerwert, verschiedene Tarife und Einspeisung und so weiter. Und deshalb müssen wir diesen Wert Watt da rausholen. Und das machen wir dann ja so, indem wir hier payload.watt da hinschreiben. Dann kommt der Wattwert da raus. Und Return Message gibt dann den Message zurück. Und das ist auch genau gleich. Per GET übertrage ich das dann an den ESP-Controller. Okay, soweit so gut. Das Ganze habe ich auch schon getestet. Und das funktioniert recht gut, mit dem den Wert auszuregeln. Obwohl jetzt nur alle drei Sekunden ein Zählerwert abgefragt wird. Vorher bei dem Elgris konnte ich alle, oder konnte ich zweimal pro Sekunde, also alle 0,5 Sekunden konnte ich einen Wert abfragen. Und jetzt außer jetzt mit drei Sekunden sieht das eigentlich ganz gut aus. Schauen wir erstmal auf den Vergleich mit dem Elgris. Dort haben wir etwa ein Regelband von plus, ja, 5 bis minus 25 Watt etwa. Das ist so das, was so an Regelgenauigkeit dabei rauskommt. Jetzt beim PowerFox ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen tiefer geht. Also hier gehen wir irgendwie von plus 10 bis minus 50 Watt. Das kann schon ein bisschen zu viel sein. Das heißt, wir haben zu viel Übereinspeisung, würden zu viel Energie verlieren. Ja, so im Mittel vielleicht 25 Watt auf den Tagesverlauf gerechnet. Keine Ahnung, kommen vielleicht 300, 400 Wattstunden raus. Muss nicht sein. Deshalb kann man auch noch eine Offset-Funktion einbauen. Und das habe ich jetzt hier. Das Einzige, was sich verändert hat, ist jetzt hier in der Funktion hier drin. Dort kann ich nämlich einfach noch eine Zeile einfügen, die erste Zeile. Message.payload.watt ist gleich Message.payload.watt minus 20. Das heißt, ich ziehe einfach nochmal 20 ab vom Zählerwert. Das heißt, der würde dann in der Regelschleife deinen niedrigen Wert annehmen und würde dann weniger einspeisen, weil er will ja auch nicht Übereinspeisen, sondern er schiebt einfach den ganzen Regelwert nach oben, würde die 20 Watt weniger einspeisen. Und was das bedeutet, sehen wir jetzt hier. Das ist jetzt deutlich besser. Wir speisen jetzt kaum noch Überein und das Regelband ist auch irgendwie schmaler geworden und wir sind jetzt so eher bei plus 10 bis vielleicht minus 5 Watt. Und das ist jetzt eher vielleicht so das, was wir auch anstreben werden. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Einstellung der ganzen Sache. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie ihr das mit dem Powerfox umsetzen könnt. Und ich denke, das ist eine gute Sache für die Leute, die sich jetzt bisher noch nicht dran getraut haben, in der Unterverteilung irgendwas selbst umzuverdrahten und einen Shelly 3EM zu installieren oder Erfolgszähler zu programmieren. Es gibt nur zwei Punkte, die möchte ich gerne ansprechen, die vielleicht ein bisschen negativ sind. Zum einen, ja, ist man ja von diesem Cloud-basierten System abhängig und man muss halt permanent eine relativ gute Internetverbindung haben. Also wenn das irgendwie ein Problem sein sollte, dann ist das nicht ganz geeignet, das System. Dann sollte man eher auf ein lokal basiertes System zurückgreifen, also doch vielleicht auf ein Shelly 3EM. Aber ansonsten, bei mir hat das jetzt ganz gut funktioniert und auch störungsfrei. Ein zweiter Punkt ist, bei dem Powerfox, es ist drei Jahre lang, ist dieses Cloud-System inklusive, also diese Cloud-Datenspeicherung und Bereitstellung und ab dem vierten Jahr muss man einen Jahresbeitrag von 5 Euro zahlen. Aber ich denke, das ist vertretbar für die Leistung, was das Gerät bietet und für die Einfachheit der Installation. Von daher denke ich, dass die Lösung eigentlich recht gut und breit auch umsetzbar ist. Okay, ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war nützlich für euch. Wenn ja, dann einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!